Schlafen geht's Nein Jungen Aber warum hast du noch weiter nach da geschossen wo ich vorher stand? Ich dachte wir würdest da noch Warte wieviel sind wir jetzt noch? Wir sind jetzt noch 4 oder? Ja Ja dann lass doch euer Ding Battle Royale Wir sind schon angemeldet Warte wieviel sind wir jetzt noch? Wir sind 5 Ist irgendwer davon nicht angemeldet? Ja alle bis auf du Was? Ich hab ne Dauerkarte ja Da haut der Fisch einmal mit dem Bergbruchschläger um dich Ja ich hatte gerade versehentlich das Inventar auf Ja darum hast du dich geschossen Oh Der schießt doch nicht Ja Ein Stopp Digga warte ich kann ein Ladekabel holen Ich verlasse einfach zu lange Da kommt der Fisch durch die Tür Ich verlasse lange damit ihr euer Kack Battle Royale spielen könnt Obwohl warte geht das mit diesem Controller Oh verfehle ich scheiße Falsches Ladekabel Oh Die Kack Ladekabel bei mir ne? Ja hat er ein paar Jahre ein Ende Mag dann das noch die Runde und danach Battle Royale Genau Warum hat das denn ein paar Jahren ein Ende? Weil dann gibt's noch ein Ladekabel Für alles Für alles Die waren das andere Ende ich mein Handy Ladekabel Neuer USB-C da die Scheiße USB-C ist ja in Ordnung Mag allem alles was ich habe Ist gefühlt mit dem Kann man mit dem gleichen Ladekabel aufladen Das reicht mir auch Ich meine mein Handy hat das gleiche Kabel in meiner Gruppe Ich verlasse die Gruppe Jo Auf Wiederdrehen Ich meine alles was ich habe ist mit dem gleichen Ladekabel Eigentlich ganz gut von Vorteil Du hast ihn nicht gesnipet oder? Was? Was? Ich war doch schon Häh? Mag jetzt musst du dein Bruder auch noch snipen Schade Ich hab dich geknippelt Ey Mag das musst du klippen Das musst du klippen Double Snipe Das war echt geil Double Sniper Mann ich hab immer noch ne Graue Da waren Schüsse auf mich Von da hinten Und hier vorne ist einer Wer wohin? Ich guck ihn gar nicht mehr weil ich in der Zonen Hat ihn Hier vorne ist glaube ich auch noch irgendwo einer gewesen Habe ich auch was? Oh der Sniper ich habe auch ziemlich schönes ey Oh gut 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 Von hinten? Ach das ist der Nate Ach man Da schießt ja irgendwelche Wölfe an Ich denke da ist ein Gegner Oh da sind die Bäume voll Ich kann nichts sehen Oh da sind die Bäume voll Oh ja 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 Ich krieg doch auch noch ne Lila Kobra Die NDR Einer ist weiß Oh der kommt gleich zu D.O. Der versteckt sich hier genau hinter den Stein Das ist noch Sehr gut Der Mate kommt Ist auch weg Ich guck da kommen noch welche Stark Episch Sehr sehr stark Sehr sehr stark Episch Episch Guck mal Hallo Leute hier ist der MC Rossi Fanshop Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles vieles mehr Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte Hier gibt es jede Menge Schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop Alles was ihr braucht